Und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Jetzt ist es dann doch endlich soweit, meine lieben Freunde. Ich stehe drei Tage vor der Abfahrt nach Österreich. Es ist momentan jetzt ein bisschen, oder drei oder vier Tage, es ist jetzt momentan ein bisschen viel los. Ich habe jetzt heute noch Abschlussfeier hier, bla bla, und dann geht es den nächsten Tag an die Vorbereitung für die Abreise. Es wird also ab heute kein Minecraft mehr kommen. Der Kanal ist jetzt erst einmal für mindestens eine Woche komplett pausiert. Ich werde es auch noch verlinken, alles bla bla bla. Geht leider nicht anders. Ich bin jetzt nicht so wie der lieber Gregor Onk, der nachher mit einem zweiten Laptop-Button das alles hochladen kann und so einen Spaß oder auch aufnehmen kann. Ich hoffe, es geht danach bald weiter. Ich hoffe, ich habe die Möglichkeiten, da weiter so Let's Plays zu machen wie hier. Ich habe da auch schon neue Pläne für den Kanal, was man eventuell einführen könnte. Das sehen wir dann später. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bitte seid nicht traurig, bitte de-abonniert mich sofort, nur weil ich jetzt eine Woche nicht sende. Ich kann auf jeden Fall zurückkommen, ihr werdet mich heiliglos. Und bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Woche. Und ja, ich nehme es mal als dein Urlaub. Ich habe es sowieso die ganze Zeit nur so halbwegs machen können. Adios! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020